hallo leute willkommen zurück ich bin's mir mal jan und ja es geht weiter mit naruto ultimate gestern 3 im online modus und 21 20 19 18 17 ok war ein bisschen schlecht inklusiert aber wird schon passen so shio ja ich weiß nicht wie gut er gegen es aber komm wir probieren es jetzt einfach mit der puppenspielerin ich denke es wird schon schief gehen und ich hoffe mal ihr habt das jetzt nicht gehört dass mein handy vibriert hat wenn doch tut es mir leid aber jetzt solltet ihr es eigentlich nicht mehr hören weil da wo es jetzt liegt da hat man die vibration irgendwie nicht so so shio gegen maskierter mann der name mann mann also kann man hier nein so ja ja ich hab leute ich habe immer noch auf dem weg Leute, hab ich nicht so oft geachtet. So, lolol, schnell. Schnell, schnell. Nein, nein. Schio. Scheiße, ey. Das war... Nein. Oh, jetzt sag nicht, dass es Ninyu zu spammen. Ich hasse solche Leute. Ich hasse Ninyu zu spammen, aber die Ninyu zu spammen, aber die Ninyu zu spammen, ja gut, hassen tut die fast jeder. Also... Brauch ich es ja eigentlich schon gar nicht mehr sagen, ne? Das ist... Oh, ich kann Puppenspieler einfach nicht. Ja, komm. So, komm. Ja, mach halt ganz schnell. Schnell, los. Oh, danke. Komm, los, Puppen. Mach ihn fertig. So, und. So, los, Puppen. Hau drauf da. Nice. Das habt ihr auf jeden Fall gut gemacht, Puppen. Das habt ihr gut gemacht. So, jetzt wieder draufhauen. Immer drauf da. Komm, immer schön weiter verfolgen. Okay, Puppenspieler sind aber auch... Man muss ein bisschen können schon. Also, man kann auch mit denen, denke ich mal, schon hart failen. Aber Puppenspieler sind schon ziemlich stark, würde ich sagen. So. Na, weiter. Nein, das lässt du mal schön sein. Oh, das war's schon. Okay. Das war dann doch noch schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass es nachher noch so einfach wird. Weil nachher war es dann doch... Anfang war ich ziemlich verkackt, aber dann... Ging's ganz gut ab, würde ich sagen. Ja. So, ich hoffe, er macht nochmal. Ja. Nice. Gut. Gut, gut. Ja, komm, mach mal jene. Wart schneller. So, random. Timari. Naja, bei dem Gegner so schlecht ist der, dann denke ich mal auch nicht. Deswegen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wird der... Finale Rin... Also, seine Sets habe ich mir nicht angeguckt. Karaten jetzt auch so oft, Mann. Dann sollten wir zwar jetzt auch schon einmal, aber... Ich weiß nicht, vielleicht ist es schon länger her. Vielleicht nicht, ist es mir auch egal. Ich nehme jetzt einfach. So. Äh. So. Zack. Gut. Ich hoffe, der macht gleich dann noch einen Kampf, damit ich dann die Dreckkämpfe in einem Part wieder habe. Und... Also, in einem Part ist klar, aber in einem Video und nicht in zwei, wo ich zusammenschneiden muss, weil das ist auch manchmal ein bisschen nervig. Weil ich dann halt auch zweimal synchronisieren muss und so, aber... Es wird schon... Es wird schon alles passen, denke ich. Es wird schon passen, ja. So. Okay. Eigentlich habt ihr den falschen, ähm, Itachi. Du müsstest eigentlich hier den Ding ins Itachi nehmen. Den wiederbelebten. Den er auch letztes Mal hatte. So. Ja. Komm, ist okay. Nein. Oh, fail. Puh. Nein. LOL. Nein. Aufpassen. So, jetzt. LOL. Wollt ihr mich betreuen? So, jetzt aber hier. Mach's ihn fertig. In euren ganzen Attackeln. So. LOL. Ich seh nix. What the... Alter. Alter. Nein. So weit geht das dann doch nicht. LOL. Warum hat es denn noch getroffen? Oh Mann, ey. Dieser Itachi. Oh, ihr merkt es ganz konzentriert mich wieder ein bisschen. Aber, Alter, der ist... Der ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Aber der spielt teilweise komisch und... Keine Ahnung. Der ist ein bisschen... Ich find der spielt teilweise echt ein bisschen komisch. Und vor allem... Der macht manchmal ein bisschen dumme Aktionen oder schlechte Aktionen. Und... Oh, lol. Ey, der ist ja nicht drauf wacht. Aber das ist auch... Also, die hat halt so stark, ne? Und manchmal halt irgendwie... LOL. Ich wollte gar keinen Ninja Sprint. Mann. Spiel. Willst du mich treuen? So, jetzt komm. Schön. Nein, nein, nein. Schön weiter angreifen. So. Wollte mich verarschen. Warum... Warum macht der denn... Tausch in den Reihen? Egal, komm. Den letzten Kampf gewinnen wir wieder. Aber der Kampf war ein bisschen komisch auch. Aber... Das finde ich scheiße. Ich frag mich, ob ich... Ob es gelagst hat oder so. Also, ob wieder hier Delay war. Internet Connection und so. Oder... Was das war. Ich hab... Zumindest beim Einmal, weiß ich... Als er da... Erwachtmodus dann seinen... New Zwerg gemacht hat. Weil ich das... Eigentlich abgewehrt hab. Aber... Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Wird schon schief gehen. Ja, komm. Sasuke können wir nehmen. Und... Naja. Wird schon alles klappen. Wird schon klappen. Komm. Den letzten Kampf müssen wir jetzt auch noch gewinnen. Aber das ist echt... Es gibt hier echt... Ein paar Attacken, die sind richtig assi. Oder Wachtmus. Also, das ist echt teilweise unnormal. Oh nein. Okay, er war nicht so... Er hat nicht so heftig mit Agachas gemacht. Er hat halt nur was Lütz. Aber... Ich würde ihm zutrauen, dass er jetzt... Äh... Viel erwarten, wo es geht. Das würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. So, komm. Hilf mir mal, Fu. Danke. Akku wird schon auch noch. So. Nein. Lol. So, komm. Los, los. Oh, nice. Los. Ja. Schön. So läuft das doch. Und... Zack. Feuer. Und... Hinsprinden. Los. Doll am Arsch. So, jetzt komm. Und? Nein. Puh, komm. Ich lasse die Komo auf mich ergehen. Ist okay. Ja. Nein. Lol. Oh. Hä? Achso, das war... Ups. Okay, das war jetzt fail. Oh, das ist auch fail. Lol. Hat er sich davon getroffen? Komm. Ein bisschen Schack aufladen. Nini zu machen. Und weiter Schack aufladen. Ey, komm. Nein. Lol. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet fail. Okay, der ist echt nicht schlecht. Das muss ich echt zugeben. So, komm. Ganz ehrlich. Ich mach's jetzt einfach. Ich bin jetzt Asi. So. Zack. So, komm jetzt. Alter, wollt ihr mich trollen? Nein. Lol. Warum... Alter. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich an Connection oder so liegt. Aber das buggt teilweise echt rum. Das ist... ...gad echt ein bisschen gay. So, komm. Zack. Schön. Ist mir jetzt egal, ob ich spame. Sorry, aber... Gut, er spammt eigentlich nicht. Aber es fackt nicht grad ab, dass es so... Teilweise... Zumindest, finde ich... ...es kommt mir so vor, als wie es rumbacken. Ob es jetzt wirklich rumbackt... ...ist jetzt... ...kann man bestreiten. Also... Ich würde auch eher sagen, nicht. Aber... ...es kommt mir halt zumindest so vor. So, komm. Spandis. Los. Ja. Nice. Und ich hab nicht mal mehr gespammt. Ich hab's zweimal gemacht und... Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich hab jetzt... ...sindes Cup of Cup gewonnen. Ich würd sagen... Ist ganz nice. Und... Ähm... Ja. Ich hoffe... Äh... Ich warte jetzt noch, dass er speichert. Äh... Hat er speichert. Nice. Gut. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Dass der Part euch gefallen hat. Und ich sag wie immer... Tschüss. Bis zum nächsten Mal.